Hey Leute, was geht? Wir machen heute Minigames, das bedeutet, wenn ihr welche habt, könnt ihr gerne reinschreiben. Also euren Teamcode, dann join ich euch. Dann könnt ihr eure Minigames gerne machen. Müsst eine kurze Erklärung natürlich reinschreiben, damit wir wissen, was es geht und wie das funktioniert. Und ja, das ist alles. Dünne Piper, ah ja, okay. Kannst du mal eine kurze Erklärung dazu schreiben, ich glaube ich weiß es ungefähr. Aber kannst du trotzdem mal reinschreiben für die anderen. Heißt, ihr müsst euch gleich in Gebüschen verstecken und ihr dürft mich nicht töten. Und ich muss versuchen euch zu treffen, ohne dass ich euch sehe. Und wer tot ist, ist halt raus. Ganz easy. Okay, ihr geht schon mal rein. Keine Cups für euch, ey. Keine Cups für euch. Nein. Ah, was macht ihr? Killt mich, hallo, stopp. Okay, danke, ja, okay, super. Ich war's tot. Ihr könnt euch schon mal verstecken gehen. So. Ich guck nicht hin, ihr versteckt euch. Ich warte kurz, so 20 Minuten. Mhm. Drei. Zwei. Eins. Go. Ich hab gesagt, ihr müsst euch verstecken. Hey! Oh, oh, oh. Ey, wer killt mich denn hier? Ey. Ich schau das an der Wiederholung an und derjenige, der mich angreift, kriegt raus. Oh. Alle immer in den Ecken. Ah. Ups. Das war nicht der Plan. Nein, das Haus, was ich da ist. Tut mir leid. Hä? Das gibt's doch nicht. Oh, oh, oh. Okay, noch zwei. Der Poison kommt auch langsam. Also langsam muss ich die doch finden. Hä? 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 Wo sollen die denn sein? What the fuck? Ah, da. Oh mein Gott. Hä? Hä? Was, 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 was? Oh mein Gott. Hä? Okay, okay. Ja. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ähm. Farb der Coole hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ganz normale Showdown-Runde. Ganz normal. Nichts Besonderes. Nur, dass wir schneller sind. Also auch keine bestimmten Regeln. Wer von euch alles Minigames hat, einfach den Code in die Kommentare schreiben. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Nee, wir teamen hier nicht, Leute. Es wird hier nicht geteamt. Äh. Nein! Oh mein Gott, ich war so bad. Daryl Golf, wie funktioniert das? Also, ich schätze mal, alle müssen Daryl nehmen. Soweit bin ich auch. Aber Daryl Golf? Einfach Ultima fladen und rollen. Ah, okay. Das ist ganz normaler Daryl-Run. Ja, okay. Ja, was ist das denn? Kann man ja voll cheaten. Ha, was ist das denn? Das ist einfach ein Daryl-Run zum Cheaten. Lol. Ist ja richtig nice. Okay, ab hier kann man nicht mehr cheaten anscheinend. Schade. Oha, ja. Jawoll. Oh, macht langsam. War auf jeden Fall ein lustiger Daryl-Run, würde ich mal behaupten. Ah, pass auf. Oh, ich bin gestorben. Also, ich bin auf jeden Fall ein bisschen ins Ziel gekommen. War ein bisschen lustig, weil man nicht mal, also man musste nur einen einzigen Daryl-Run machen quasi. Sonst konnte man die ganze Zeit einfach durchlaufen. War lustig. Äh, dadurch sind noch fast alle, glaube ich, ins Ziel gekommen. Wie gesagt, Jo, wäre schön, wenn du im Chat mal erklären könntest, wie die Map funktioniert, weil ich weiß es nicht. Nani muss die Tricks mit der Ulti auf der Map finden. Was? Nani muss die Tricks mit der Ulti auf der Map finden. Ah, okay. So. Ne! Hallo, Schatz. Wo warst du? Und was hast du geholt? Was hast du geholt? Was hast du geholt? Okay, was noch? Hä? Oh, für mich? Ich bin tot! Wegen dem bin ich gestorben! Ich krieg Nougat-Bits und McDonalds. Gessen. Okay, alle wieder rein. Perfekt. Ich hoffe, es klappt diesmal. Killt euch bitte diesmal nicht aus Versehen. Frank und Nani. Und die Ticks bitte auch nicht. Danke. Sonst geh ich McDonalds essen, ohne dass wir die Minimap durchgespielt haben. Ist mir auch egal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey Naruto. Was machst du? Puh. Oh mein Gott, okay. Dürfen die Cubes nicht nehmen, Leute, ne? Also bitte liegen lassen, die Cubes. Nein! Ich bin tot. Oh mein Gott, okay. Aaaaah! Eine ganz normale Map. Okay, würde ich sagen, eine ganz normale Fight-Map. Auf geht's. Und bei mir rein. Und bei mir rein. Okay, nach der Runde komme ich bei dir rein. Ich mache jetzt noch die Runde, dann komme ich bei dir rein. Okay, was geht jetzt hier ab? Raus. Schlägerei. Scheiße. Nein! Oh, ich sterb immer. Ich hab immer wieder. Ach. Okay. Gut. Blinde Piper schon wieder. Okay. Auf geht's. Alleine Teleport. Einer. 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 Mach mal langsam hier. Ja, was macht ihr denn? Warum killt ihr euch denn alle? Hört auf. Ey, Mann! Irgendeiner hat gekillt die ganze Zeit. Ja, wir werden sehen, wer es war. So, wer versucht jetzt hier schon wieder zu killen? Du hast ganz genau gesehen. Gut, dann wissen wir wenigstens, wer es war. Na, Leute? Bin ich wirklich echt enttäuscht. Okay, naja, Leute. Ich will jetzt auch erstmal McDonald's essen gehen. Und es ist auch schon spät. Ich muss auch noch ein paar Sachen machen. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, Leute. Dann würde ich mal ganz stark meinen. Raiden wir jetzt noch jemanden?